Damit Blond auch wirklich immer schön aussieht, haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar sind das unsere Fresh Blond Mousses. Das heißt, das ist ein Pflegeschaum, der wie eine Haarkur angewendet wird, ganz einfach in der Hand verteilen. Das ist eine Kombination zwischen Pflege und Farbstoffen. Einkneten ins Haar und nach kurzer Zeit wieder ausspülen, 1-3 Minuten und man kriegt einen frischen Effekt mit der Farbe. Wir haben einmal Nordic und Nordic wirkt gegen Gelbstich, was oftmals im Blond vorkommt. Wir haben California, das ist ein warmes Blond, was sehr frisch aussieht. Und Saharablond, das ist für alle, die nicht diesen weißblonden Charakter haben wollen, sondern eher ein abgetönteres, milderes Blond. Drei Blondsen, die so für ihren Haartypen abgestimmt sind, mit einer Pflegeform, die leicht ist. Und damit erhalten sie den Effekt, den sie nach der Koloration beim Friseur haben und können diesen Effekt quasi mit nach Hause nehmen.